Hückelhofen, der aktuelle Beziehungsstatus von Loredana Wollny, 19, gibt weiter Rätsel auf. Auf einem neuen Instagram-Beitrag der 19-Jährigen fiel den Fans sofort ein Detail ins Auge, das für sie mehr auf eine Krise als auf ein Happy End hinweist. Das Liebesglück der jüngsten Tochter von TV-Star Sylvia Wollny, 58, die Wollnys, schien perfekt, doch zuletzt deutete alles auf eine echte Liebeskrise hin. Lore hatte alle Aufnahmen mit ihrem türkischen Verlobten Servet aus dem Netz entfernt. Doch nur wenige Tage später dementierte die 19-Jährige die aufkommenden Trennungsgerüchte und offenbarte, dass sie die Fotos nur aufgrund von Hassnachrichten und rassistischen Beleidigungen gelöscht habe. Warum sie ihrem Liebsten auch gar nicht mehr folgt, ließ die hübsche Blondine offen. Nun sorgt eine weitere Auffälligkeit für Irritationen innerhalb der Wollny-Community. Um einen Rabattcode für eine Modefirma anzupreisen, schoss Lore ein Selfie vor ihrem Spiegel und schrieb dazu, You are never fully dressed without a smile. Doch die Werbeaktion interessierte die Fans der 19-Jährigen nur wenig, stattdessen fiel ihnen sofort ein merkwürdiges Detail ins Auge. Eine Userin brachte es schließlich auf den Punkt und fragte, wo ist dein Verlobungsring? Großteil der Fans glaubt weiter an Liebeskrise bei Loredana Wollny. Ein weiterer sorgenvoller Kommentar lautete, du trägst Servets Ring nicht mehr. Ist wirklich alles gut bei euch? Mit ihren Nachfragen brachten die Fans den Gerüchtestein nun ein weiteres Mal ins Rollen. Sofort sprangen weitere Wollny-Sympathisanten auf den Trennungszug auf und meinten, in dem Fehlen des funkelnden Schmuckstücks ein klares Indiz für eine Krise erkennen zu können. Also doch alles aus. Bislang hat Loredana nicht auf die Erkundigungen ihrer Fans reagiert. Womöglich hatte sie den Ring auch nur für die Werbefotos beiseite gelegt. Doch die Zweifel an dem Fortbestand ihrer Beziehung sind zumindest bei ihren Followern größer denn je. Erst im März hatte die TV-Bekanntheit die Verlobung mit Servet bekannt gegeben. Wo Liebe ist, wird das Unmögliche möglich. I said yes! schrieb das Nesthäkchen aus Deutschlands wohl bekanntester Großfamilie zu einem Strandfoto. Kurz vor Weihnachten 2022 hatte das junge Paar ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020